Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Fachkraft-Marketing. Und mit dabei habe ich Katja. Sie ist extra nach Bad Doberan zu uns gekommen für ein Erfolgsinterview. Ja, Katja, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was betreibst du? Ja, ich bin Katja Rose. Ich bin die Inhaberin der Pflegeresidenz Rose im Herzen von Rostock. Ja. Und ein Pflegeheim? Das ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung mit 46 Bewohnern und sehr familiär. Schön und niedlich. Auf jeden Fall. So hatte ich auch den Eindruck. Wie hast du Fachkraft-Marketing kennengelernt? Durch den Austausch mit Kollegen bin ich auf euch gekommen. Ich habe vorher einige andere Agenturen mir angeschaut. Mit einer habe ich es schon probiert. Wenig erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, gut, der Empfehlung vertraue ich. Bin da einfach mal auf euch zugekommen und dann ging das alles in Gang. Auf jeden Fall. Wo du das sagst, du hattest doch eine schlechte Erfahrung mit anderen Agenturen. Was empfiehlst du an deinen Geschäftsführern, Inhabern, die noch Skepsis haben, mit uns zusammenzuarbeiten? Was empfiehlst du denen? Auf jeden Fall einfach mal ein erstes Kennenlerngespräch machen. Dann gucken, ob die Chemie stimmt, ob man sich wohlfühlt mit dieser ganzen Kampagne, ob man sich aufgehoben und betreut fühlt. Das ist das A und O eigentlich, dass man es nicht auf Entfernung macht, sondern wirklich vor Ort. Wie war so dein erster Eindruck von Fachkraftmarketing von uns? Locker entspannt. Ihr wisst schon, was wir wollen, was wir suchen. Konntet uns auch so ein bisschen die Hemmung nehmen und die Angst und dann haben wir losgelegt. Sehr schön. Was war deine Ausgangssituation? Meine Ausgangssituation war, glaube ich, wie in ganz vielen Pflegeeinrichtungen, dass die Mitarbeiter knapp wurden, sag ich mal, durch Elternzeit, Schwangerschaft, Krankheit. Ja, dann gab es natürlich auch mal eine Kündigung und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt tätig werden. Wir brauchen neue Mitarbeiter, müssen die akquirieren. Ja, das war unsere Ausgangssituation. Und was habt ihr alles davor probiert, um das Problem zu lösen? Wir haben in Tageszeitungen Anzeigen geschaltet, wir haben bei Ebay Kleinanzeigen, wir haben Flyer gedruckt, dass wir Mitarbeiter suchen und haben die über die Apotheken Umschau mit verteilen lassen und in der Apotheke ausgelegt, in der Arztpraxis ausgelegt. Wir haben dann, wie ich ja schon sagte, auch eine Kampagne schon gestartet im Social-Media-Bereich. Ja, und dann haben wir angefangen. Und wie waren die Ergebnisse da und wie sind die Ergebnisse hier? Wir haben auch in der anderen Kampagne, in der anderen Social-Media-Kampagne hatten wir ein, zwei Bewerbungen, die recht interessant waren, wo wir dann, glaube ich, auch mit einer Fachkraft zusammenkamen. Und jetzt war es im Prinzip so, die Anzeige lief acht Wochen. Wir hatten 22 Bewerbungen, zehn Vorstellungsgespräche und haben drei neue Fachkräfte einstellen können. Drei neue Fachkräfte in acht Wochen. Ja. Das lässt sich doch mal sehen. Absolut. Warum hast du dich für uns entschieden? Na, zum einen, weil ich die Idee mit dem Videodreh, mit der direkten Ansprache recht gut fand. Gedacht habe, darauf können Leute positiv reagieren. Da sieht man auch ein bisschen mehr von unserem Haus, von unseren Mitarbeitern, kann auch so ein bisschen die Stimmung einfangen, die doch bei uns im Unternehmen herrscht. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Was war so deine größte Angst oder hattest du Ängste oder was war so deine größte Angst, bevor wir die Kampagne starten? Na, erstmal habe ich natürlich nicht gewusst, wie stehen die Mitarbeiter dazu? Sind sie bereit, vor die Kamera zu treten, sich zu äußern? Und haben aber alle super gut mitgezogen, haben mir dann ja natürlich auch noch gezeigt, dass sie hinter dem Unternehmen stehen, was für mich ja auch ein total cooles Feedback war. Und naja, dass wieder nichts bei rumkommt. Aber ja, war ja jetzt nicht an dem, Gott sei Dank. Gab es so vielleicht eine besondere Situation oder was war so der schönste Moment unserer Zusammenarbeit? Ich würde einfach sagen, das Schönste an unserer Zusammenarbeit war, dass wir wirklich offen kommunizieren konnten. Aber an der ganzen Kampagne so, dass ich auch so von Freunden und Bekannten Rückmeldungen bekommen habe über die Kampagne positive und negative Rückmeldungen. Einige haben gesagt, ja wie cool, authentisch. Und andere haben dann wiederum gesagt, na wie kannst du einen Mitarbeiter sowas sagen lassen vor der Kamera? Und das fand ich schon wirklich gut, dass die da auch so mitgegangen sind. Ja, das war's. Also falls du noch was sagen möchtest, was würdest du anderen Pflegeheimen, Personalverantwortlichen, Menschen erzählen, wie sie Fachkräfte gewinnen? Was würdest du denen empfehlen? Na, ich würde schon empfehlen, den Weg über die sozialen Netzwerke zu gehen, weil ich glaube, das ist das, was gerade aktuell ist und was die Leute anspricht. Und einfach neue Wege gehen, neue Sachen ausprobieren. Einfach mutig sein. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Hat mich sehr gefreut. Ja, falls auch du offene Stellen in deinem Unternehmen hast, egal ob Pflegedienst, Pflegeheim, Klinik oder Krankenhaus, kannst du hier unten auf www.fachkraftmarketing.de gehen. Dann schauen wir, wie gesagt, deine Situation an, schauen, hat dein Unternehmen das Potenzial dazu? Falls wir das Gefühl haben, wir können zusammen arbeiten, dann bekommst du ein Angebot und dann kann es auch sein, dass du hier sitzt und du das nächste Erfolgsinterview mit mir führst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.